Wir, die Familie Morenoff, möchten Jan Welse ganz herzlich zu seiner hervorragenden Prüfung gratulieren. Er hat als Bester im Schulbezirk Münster abgeschlossen und wir freuen uns, dass wir so einen engagierten, begeisterten, jungen Mann hier in unserem Betrieb haben. Man merkt dann schon, dass es ein Jahrgangsbester ist, wenn man das mit den anderen vergleicht. Und ich glaube, Sie haben es mit Ihren Noten gezeigt. Sie sind bereit, glaube ich, auch nach rechts und links zu gucken. Deswegen beglückwünschen möchte ich Sie alle vier nochmal für Ihre Leistung und wir fangen dann mit Ihnen an und ich überreiche Ihnen recht herzlich diese Begründe. Dankeschön. Und wenn Sie sich guten Bürgern haben. Nach meinem Abitur habe ich hier meine Gärtnerlehre angefangen und konnte dann meine Liebe zu Pflanzen weiter ausbauen. Was mir vor allen Dingen gut gefällt, ist der Umgang mit den Menschen. Das ist ein teils auch kaufmännischer Beruf und es gehört auch Büroarbeit dazu, was man gar nicht sich so vorstellen kann. Vor allen Dingen in der Corona-Zeit ist klar geworden, dass Gärten immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Man ist öfter zu Hause, man ist in Kurzarbeit vielleicht und deswegen verbringt man sehr viel Zeit zu Hause. Und dann ist es vielleicht auch langweilig, wenn man nur einen Kiesgarten, einen Vorgarten hat, wo der einzige Special-Effekt ist, dass da mal so ein Unkrautsamen keimt, den ich dann, also dann so ein kleines Unkrautpflänzchen, was ich dann rausziehe. Also das ist irgendwie so ein trüber Anblick und es gibt ja Alternativen. Und wie geht es jetzt weiter? Weiter geht es jetzt erstmal ein Jahr Berufserfahrung und dann werde ich meinen Meister machen. Ja, dann wünschen wir dir dabei viel Erfolg. Dankeschön.